Hier hinten müsste der Flughafen sein. Wir warten schon die ganze Zeit, dass eine Maschine kommt, aber erstattet wird gerade. Hier geht eine Mangelis hier so hinter dem Hotel, hinter dem Hotel geht die Maschine raus, aber klar, heute kommt leider keins. Dann geht es erst mal zum Abendessen und dann zeigen wir.